Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt Hallo, mein Name ist Lars Narber. Ich produziere den Podcast Auf Distanz. Den gibt es seit 2015 und darin geht es um Astronomie und Raumfahrt. Es gibt Meldungen über die Erforschung des Weltalls, aber es geht auch um Satelliten- und Raumfahrtmissionen. Und natürlich darf auch die astronautische Raumfahrt nicht fehlen, so ist das auch mit der Horizons-Mission von Alexander Gerst. Im Rahmen dieser Mission wird Alexander Gerst am 6. Juni zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Bis zum Dezember wird er oben bleiben und zahlreiche Experimente machen. Er wird eine Zeit lang auch Kommandant der ISS sein. Alexander Gerst und seine Kollegen werden vom Weltraumbahnhof in Baikonur starten. Das liegt in Kasachstan. Dort werde ich auch sein und eine Woche lang die Raumfahrtanlagen und Einrichtungen besuchen und am Schluss den Start erleben. Im Podcast werde ich darüber natürlich eine ganze Menge zu erzählen haben und ich werde auch den weiteren Verlauf der Horizons-Mission dort mit begleiten. Diese Reise kostet natürlich Geld. Und da habe ich großes Glück, dass ich einen Sponsor gefunden habe. Die Bevuta IT aus Köln hilft mir mit der Hälfte der Reisekosten. Für die andere Hälfte gibt es jetzt dieses Crowdfunding. Und da könnt ihr mit jedem Euro mir weiterhelfen, um diese Reise noch runder und noch besser zu machen. Und was habt ihr nun davon? Mit eurem Beitrag unterstützt ihr ein offenes Podcast-Projekt, das frei und schrankenlos im Internet verfügbar ist. Zum anderen wird es eine eigene Webseite geben. Auf dieser Webseite möchte ich tagesaktuell von der Reise berichten, Texte hochladen, Bilder dazustellen. Und wenn das Internet es zulässt, dann soll es auch noch Audios und Videos geben. Da kann ich dann richtig viel darüber erzählen, was wir so erlebt haben. Aber natürlich möchte ich auch noch ganz persönlich Danke sagen. Wenn ihr 30 Euro oder mehr spendet, dann seid ihr nächstes Jahr bei einer Dokumentation der Reise in Köln mit dabei. Wie genau das ablaufen wird, das ist noch in intensiver Planung. Aber eines ist schon mal sicher. Ich nehme euch virtuell mit auf die Reise nach Kasachstan und werde euch erzählen, was ich dort so erlebt habe. Damit das nicht langweilig wird wie ein Tierabend in der Verwandtschaft, hole ich mir Verstärkung dazu. Martin Rützler von Radio Mono wird dabei sein und ebenfalls Nikolaus Wörl und Reinhard Remford vom Podcast Methodisch Inkorrekt. Zusammen werden wir sicherlich einiges auf die Beine stellen. Lasst euch überraschen. Wer bei der Veranstaltung nicht dabei sein möchte oder einfach weniger spenden möchte, das geht natürlich auch. Ich habe noch zwei zusätzliche Dankeschön-Stufen eingerichtet. Schaut euch einfach mal um. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, helfe ich euch gerne weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich hoffe, wir sehen uns in Köln.